Und es geht direkt weiter mit Golf, ähm, der Gameboy-Version von Golf. Vom NES. Fange ich mal an, ich heiße einfach, ich will mich nicht N nennen, ich heiße nämlich jetzt nie. Kurs Select. Ich gehe eher nach Japan. Und da ist auch schon Mario. 391 Yard Par 4. Kann man hier irgendwo die Map angucken? Ja. Ähm, das Loch ist da hinten. Das da ist Sand. Das schieße ich einfach mal da rein. Miss. Okay. Muss ich das nochmal da... Achso, W heißt Warta, okay. Kann ich irgendwie die Schläger wechseln? Ist mir das möglich? No. Ist mir aber egal. Ähm, schießen. Oh, das geht voll in Sand, oder? Ist es überhaupt Sand? Nein, es ist nicht mal Sand. Das ist alles Sand. Ach komm schon. Das war zu weit. Na ernst. Ja, vorhin ging's, vorhin ging's zu weit. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Wo ist das? Wo ist das überhaupt typ? Hat mir das überhaupt gemacht? Hm. Ah, jetzt bin ich draußen. Jetzt bin ich draußen. man das so das ging es ging es geht um die queen das muss mich erst mal den schlägern einspielen gut kann sich streiten jetzt guck ich mir das ganze an ich muss einfach nach vorne ok darf ich das darüber gut es geht ja kann ich mit leben und wie weit kommt er noch mal fairway ich kann das null einschätzen da ist vielleicht dass da unten die länge die man es war zu weit es war zu weit ja ob es ist out ja zum glück so lang also so ungefähr ok es scheint nach dem system zu funktionieren und zwar so lang wie es auf dem oben ist es ist unten sondern ist jetzt aber so abmessen er muss wir jetzt kein gefälle gewesen easy das ist aber nicht mal so weit ich weiß nicht das reicht ja es reicht kann ich mit leben es muss so lang sein es ist er so hat er sich das schuss gezählt ok es stimmt doch nicht Krieg spielt jetzt mal den Putter, oder was ist denn das? Okay, da geht es rein. So, wo ist hier das Ziel? Da hinten. Einfach drauf los. Oh, das war doch perfekt. Perfekter ins Wasser. Ach so. Ah, perfekt. Also es war nicht ganz perfekt, aber es war gut. War akzeptabel. Ja, jetzt fliegt er so kurz auf einmal. Und der Green. Mit dem Putter jetzt. Machen wir mal so. Ach, das war zu wenig Schwung. Ja gut. Lässt sich streiten. So, wie lange geht das jetzt? Einfach gerade durch. Äh, ja. Der war jetzt nicht ganz so gut. In dem Baron. Ah, wie knapp. Ach ne, das ist der Bunker. Das ist überhaupt kein Wasser. Ich darf's mit dem Wasser. Das ist so lächerlich. Wenn ich nur wüsste, wie man den Schläger wechselt. Das ist mir jetzt auch nicht schwer, mich darüber zu informieren. Ich spiel einfach so low drauf los. Ähm. Ich war außerhalb des Bunkers. Okay, mit dieser Aktion würde ich können, dass ich spiel einfach nur drauf los. Verdeutlichen. Ah. Ja, irgendwann hat man's raus. Und bei mir ist halt noch nicht irgendwann. Zack. War's das jetzt bald? Ah, das ist nicht zu spät. Ich mach den noch rein und dann... ...passt das auch schon. Ah, ich hab's zu weit ausgeholt. Deswegen hab ich direkt abgebrochen. Ah, Mist. Boogie. Boogie. Oder Boogie. Keine Ahnung, wie man's ausspricht. Ähm, ja. Das war's dann. 18, 9, 8, 9, 11. Ja. Ist ja ganz okay, oder? 29. 29. 59. 59 Punkte bis jetzt. Das kann man verkraften. Beisern wir doch direkt. Ähm. Ja. So. Das war's dann mit dem... ...sehr schönen Spiel Golf. Und dann bis zum nächsten Let's First. Bis zum nächsten Mal.